Ja, heute schauen wir uns in dem Video eine ganz besondere, auch eine besonders schöne Szene an, wo der Herr Jesus Christus in das Leben einer Frau tritt. Und er war unterwegs und muss einen gewissen Weg ziehen und kommt dann nach Samaria oder muss dann da durch. Und dann ist er ganz ermüdet von der Reise. Es war ja Mensch, Durst, Müde und so. Das findest du hier, ein echter Mensch wie wir und doch anders. Das sieht man in diesem Gespräch. Und da ist ein Brunnen und da kommt dann eine Frau hin und die beiden treffen sich. Es gibt ein Vier-Augen-Gespräch. Und das ist mir das Erste, was wichtig ist. Oft, wenn man mit Menschen spricht, auch auf der Straße, man spricht mit einem Grüppchen, so junge Leute, 3, 4, 5 oder so, vielleicht größere Gruppe, dann hat man immer Gruppenzwang, ja. Da ist vielleicht zwei, drei, die finden Jesus Christus voll blöd und da gibt es aber auch zwei, drei, die haben Interesse, so tief im Herzen. Aber sie trauen sich nicht, das zu sagen, weil man hat diese Gruppensituation und da will man das nicht so raushängen lassen. Dass man Fragen hat, ja. Und die würde man gerne stellen, aber man traut sich nicht. Und hier findest du eine Szene, die ist wunderbar. Das ist ein Vier-Augen-Gespräch. Ein ganz vertrauter Rahmen. Und das will ich einfach für dich mal ein bisschen reinholen. Darum geht's. Jesus Christus möchte heute mit dir unter vier Augen was besprechen. Da darfst du ehrlich sein. Da kannst du echt sein. Da musst du keinem was vormachen. Und mit Gott reden kann man heute im Gebet. Aber die beiden haben sich wirklich da getroffen und so von Mensch zu Mensch gesprochen. Und wenn wir jetzt hier reingucken, dann eröffnet der Herr Jesus das Gespräch. Er fängt an und sagt zu der Frau, gib mir zu trinken. Und die wundert sich und denkt, wie, jetzt, du willst von mir was zu trinken? Es war ganz ungewöhnlich. Die Juden und die Samariter, die konnten nicht so miteinander. Sie wundert sich darüber. Aber der Herr Jesus beginnt das Gespräch über ein ganz natürliches Thema. Ein natürliches Bedürfnis, nämlich Durst. Und dann entwickelt sich so ein Gespräch. Und ja, wie willst du denn was trinken? Du hast doch gar kein Schöpfgefäß und 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 so. Entwickelt sich das. Aber der Herr Jesus sagt, das ist ein Kernpunkt, den will ich einfach mal rausnehmen. Wenn du wüsstest, wenn du den kenntest, ja, und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Plötzlich, förmlich, dreht der Jesus den Spieß um und sagt zu der Frau, wenn du wüsstest, wer dir hier gerade gegenübersteht, dann hättest du mich gebeten, dass ich dir Wasser gebe. Nämlich ein lebendiges Wasser. Ein Wasser von einer anderen Qualität als das hier aus dem Brunnen. Die Frau versteht das erstmal nicht und denkt, ja, dann gib mir dieses Wasser, das ist ja prima. Dann muss ich nicht mehr kommen, hier zum Wasser schöpfen. Wir haben gestern schon von Mirko gehört, ja, in dem Türchen mit Nikodemus, das irdische und das himmlische, so, das hat er auch nicht so richtig verstanden, aber darum geht's. Und der Herr Jesus sprach auch nicht von Wasser aus dem Brunnen. Das war sein Gesprächseinstieg, aber es ging ihm um was ganz anderes. Und diese Frau hatte, wie wir heute auch, wir Menschen, wie du vielleicht, Lebensdurst, darf ich das so sagen. Wir empfinden, da fehlt was. Wir wollen diesen Durst stillen und wir versuchen das mit vielen Sachen. Und diese Frau, die hatte ein besonderes Mittel in ihrem Leben, wo sie das mit versucht hat. Nämlich, die hatte viele Beziehungen. Fünf Männer und dann, mit denen war sie nicht mehr verheiratet. Geschieden oder was? Keine Ahnung, die Bibel sagt das nicht, aber es ist sicher wahrscheinlich. Und dann hatte sie einen neuen Mann an ihrer Seite, mit dem war sie gar nicht verheiratet. Beziehungen waren das, wo sie sagt, hey, damit stille ich Lebensdurst. Irgendwie diese Leere im Leben, die will ich damit auffüllen. Und dann geht der Herr Jesus ganz behutsam vor. Nicht mit dem Vorschlaghammer, gar nicht. Sondern ganz, ganz sachte. Und dann sagt der Ehemann zu der Frau, hol mal deinen Mann. Und dann gibt die Frau zu. Ich habe keinen Mann. Das war ja so richtig und falsch gleichzeitig. Sie sagt, ich habe keinen Mann, ich habe keinen Ehemann. Ja, das war richtig, das stimmte. Aber ein Mann hatte sie ja schon, diesen Lebensgefährten oder wie man das nennen will. Aber der Herr Jesus greift das auf und nimmt das Gute an ihrer Aussage und sagt, du hast die Wahrheit gesagt, recht hast du gesprochen. Du hast keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und dann denke ich, Frau, der weiß ja Sachen über mich, die kann er gar nicht wissen. Ich bin dem noch nie begegnet, aber der redet in mein Leben hinein, als würde der mich kennen. Der deckt Dinge in meinem Leben auf, die mir vielleicht peinlich sind, unangenehm sind. Und sie fühlt sich ertappt. Sie sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich sehe, du weißt Dinge, die du eigentlich über mich gar nicht wissen kannst. Und dann läuft dieses Gespräch weiter in eine wunderbare, ja fast sonderbare Richtung, wie wir das gar nicht erwartet hätten. Die sprechen dann über Anbetung. Wie bringt man gottförmlich Ehre? In diesem Detailgrad hat das der Herr Jesus mit keinem dieser religiösen Führer besprochen. Aber mit dieser Frau, die so eine Vergangenheit hatte. Und vielleicht denkst du, mein Leben ist zu schlecht. Ich habe zu viele Sachen gemacht. Ich habe zu viele Dinge getan, um diesen Lebensdust zu stillen. Mit mir kann sowieso nicht mehr geholfen werden. Oh doch, es kann. Wenn Jesus Christus dir begegnet, in dein Leben kommt und du dich auf dieses Gespräch einlässt. Wenn er dein Leben aufdecken will, dann lass das zu. Er weiß alles über dich. Aber er macht das nicht mit dem Vorschlaghammer, ganz liebevoll und möchte, dass du mit ihm redest. Und die Frau ist völlig begeistert davon und lässt den Krug stehen, läuft in ihr Dorf zurück und verkündigt den Leuten, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Der hat die Werbung gemacht für den Herrn Jesus. Er hat gesagt, den müsst ihr sehen, den müsst ihr kennenlernen. Der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Der hatte natürlich nur einen Teilbereich ihres Lebens aufgedeckt. Aber sie wusste, wenn der das weiß, dann weiß der alles. Ich bin vor dem Gläsern. Aber die wurde nicht abgestoßen. Die hatte keine Angst vor dem, sondern sie wurde angezogen. Und das wünsche ich dir auch, dass du diese Erfahrung machst. Denn dieser Jesus hier ist heute noch der Gleiche. Und das will er auch in deinem Leben sein.